Ich müsste rein logisch... Traaaaa! Ich hätte erst lila wegkriegen. Sonst komme ich an grün nicht ran. Der kann über... Los Odin! Walte sein des Amtes! Odin! Der darf nur nicht schweigen einsetzen. Es ist nicht die gleiche Sammlung. Es ist eine neue. Ja. Ich habe jetzt auch... Ich glaube, ich habe hier noch zwei stehen. Okay, der eine ist, dass der einstehen. Und... Ich muss daher noch ein Video schneiden. Das heißt, es wird noch sehr viel auf mich zukommen. Ich war schon dann überlegen, mir so einen Tropf zu organisieren, damit es sozusagen direkt ins Blut fließt. Spart den Umweg über den Magen. Diamantenstaub! Egal, was ich trinke, es ist irgendwie gesund. Ob ich jetzt eine Fritz-Cola-Sucht habe, weil ich mir mal zwei Kästen geholt habe und die in einem Monat wegging. Halben Monat. Oder ob ich mir jetzt Energy-Sole und die halt kippe wie so ein... Ex-Knaggy? Kann man den definitiv zutrauen? Ja? Nein. Nein. Nein, ist die richtige Antwort. So, verreckt du lila Vieh. Gehst du auf den Zünder? Hint versteht jetzt Zünder wegen Donner und Blitz und... Nee? Okay. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. So. Lila erledigt. Aber Hauptsache, Edel aus dem Glas. Ja, das muss ja auch aussehen, als hätte ich Stil. Wenn man's vom... dem Äußeren nicht betrachten kann. Obwohl... Warte. Das hier hat Stil. Ah, sieht man gerade falsch rum, ne? Schade. Kann ich mal... Warte. Genau. Everyone is a child of the sea. Das hat Stil. Kannst mir erzählen, was du willst. Und jeder ist alles behauptet. Hat keine Ahnung. Hat keine Kinder gehabt. Stimmt. Der steht nicht mehr auf. Toderhose bei dem. Na, Pussy? Alles klar. Jetzt noch den. Denn noch den grünen. Denn den grünen. Dann speichere ich. Odin. Du kannst ruhig mal wieder helfen kommen. Bist auch ein hässlicher, ne? Schneller, schneller, schneller. Ich habe immer Angst, dass wenn ich das einsetze, dass er den Schweigen einsetzt. Schneller, schneller. Naruto. Ich wollte gerade so eine... so eine total dumme Überleitung. Wenn du Naruto Stil findest, oder geil findest, äh, am Samstag kommt ein Video auf meinen Kanal. Der war wirklich auch Naruto. Da habe ich sogar ein paar coole Fekte. Ich versuche ein paar coole Fekte reinzorgen. Hast du einen Plan, wo du das Rumpys Bild hinhängen willst? Ich war echt am Überlegen. Warte, wenn der Kampf vorbei ist. Kann ich es mal kurz zeigen. Die Frage ist erst mal die, was ich eh noch fragen wollte. Passt das rein? Passt das in so einen Rewebeutel rein oder irgendwas? Oder wird es kompliziert mit dem Tragen? Weil ich danach noch mal Rostock wollte, wie gesagt. Alter, der stirbt einfach. Das ist doch kein Elixier. Die sind teuer. Ich kann mal probieren anzugreifen. Aber, alter, ja genau, wir treten einfach. Das ist doch nicht schweigen. Ach, du hässliches etwas. Aber heilendetrotz. Ich bin auch nur am Saufen im Spiel. Ich habe auch das Gefühl, das mache ich eigentlich müde als ich so schon bin. Gab es eigentlich irgendwo einen Hinweis darauf, dass ich immer zwei von denen besiegen muss? Oder hätte ich das mitdenken müssen, sage ich jetzt mal. Ich frage für einen Freund. Also nicht, dass ich mich beschweren will. Ha! Okay. So, ähm. Hier geht es nicht lang. Was ist hier? Geht es hier da? Hier ist einfach mal nichts. Hier ist einfach mal nicht. Ich werde zurück. Hier ist nichts. So, jetzt war ich noch den Grünen. Äh, ja, gab es. Den Hinweis wo? So, ich mache jetzt mal kurz. Was geht ab, Rudi? Ich hoffe, du hast ein bisschen mehr, aber seine Brüder. Oh, den. Äh, ein Versuch, was wird. Au! Der hat weh. Der hat auch weh. Komm, du Christel mal. Heiß und kalt ab. Genau, übertreibt doch einfach nicht gleich. Frodo ist nicht tot! Fehlt noch gelb. Ja, aber ich kann jetzt mal, wenn ich den besiegt habe und den grünen besiegt habe, kann ich erstmal speichern. Drei Teile, alle 40 mal 90 cm. Pass das im Rewebeutel? Ich weiß das nicht. Ja, wird schon irgendwie schief gehen. Ich messe es nachher mir mal aus und immer gucken. Aber ich glaube, das wird schon schief gehen. Und von der Dicke her ist bestimmt auch nur so klein, sage ich mal ne. Also jetzt nicht, dass es so ein properer ist. So, Angriff! Bam, Junge! Nenn das! Bam! Nice! Todestein! War nett mit dir? Ich denke mal, so wie bei deinem. Meins ist aber halt wirklich Papier. So, Lila muss jetzt tot sein, ne? Ähnlich bleiben die liegen. Welche Capture Card hast du? Was für eine Capture Card? Hast du eine Capture Card? Ich nehme mit OBS auf. Ansonsten habe ich eine Legato Capture Card, wo ich letztens live, äh, nicht live strange, äh, oh, den kannst du auch mal wieder eintreten hier? Was wollte ich letztens aufnehmen? The last of us. Allerdings habe ich gemerkt, dass es ruckelt. Deswegen, verschoben auf unbestimmte Zeit. So, los, Ruhigensohn! Spielst du auf PS4? Nein! PC! Das ist die Steam-Version. Und, ähm, The last of us wollte ich auch PS4 zocken. Ich habe auch so eine Legato GameCapture HD60S Plus. Aber wie gesagt, entweder ist mein PC dafür zu schlecht einfach, oder, ich habe mal zwei bis drei Zentimeter die Welt, ja, das ist easy. Ah, das erklärt. Alles klar. So, Angriff. Bäm, Junge. Bote des Schattens. Spüre die Macht der Finsternis. Ich habe letztens auch für Dude, für Silent, der sehr oft im Chat mit vorhanden ist, habe ich mal einen Kronensprecher gespielt. Und, er hat mir, glaube ich, einen Text gegeben von, das waren drei, vier Sätze, lass es drei, vier, allerhöchstens fünf Sätze gewesen sein. Mir tat danach so eine Halswehe, weil ich meine Stimme so verstellt habe. Richtig, wie ehrlich. Ich muss meine Stimme dringend trainieren. Dann kann ich vielleicht auch mal wieder singen, ohne dass die Leute fliehen. Holy Stein, Alter. Holy moly, ich habe mal Holy Stein. Oh, endlich. Oh, ich bin Speichern. Oh, Sp... Hallo? Speichern. Ah. Einem. Ein Zelt. Wo ist das? Wo ist das? Zelt? Zelt. Zelt. Oh, nice. Sind jetzt auch die... Nein, das ist nicht. Nein, nein, aus, aus, aus. Oh Gott. Oh, das ist so ein alter Let's Play-Krankheit. Jedes Mal, wenn ich zocke, juckt die Nase. So, Endgame habe ich nie eingesetzt. Ich setze gleich mal Endgame, glaube ich. Ich finde die Animation voll cool. So, ähm, und jetzt speichere ich. Ganz dringend. Ganz dringend. Oh, ho. So. Jetzt hätten nur noch Geld, was du ja gemeint, ne? Das heißt, von Geld... Genau. 1005? Ich besiege hier gerade die härtesten Tiere, die ich im gesamten Spiel erlebt habe und meine Stufe gehen runter? Willst du mich komplett natzen? Wieso kann ich nicht ziehen? Sie kann sich lagern. Kann Engel nicht lagern. Hä? Ja, aber einer ist schwer zu finden. Schwer ist nicht unmöglich. Aber... Den schnapp ich mir jetzt. Und wenn ich den anderen jetzt finde, habe ich ja alle besiegt. Die bestimmten ist schief mit. Ich bin mir bekannt. Dann gehe ich von aus auf jeden Fall. Aber von den anderen haben wir das schon gesehen, oder nicht? Oder nicht. Kannst du das bitte sein lassen? Und nicht immer auf denselben. Kein Plan. Alles klar. Und ich dachte, du nennst dich Experte. Ich spiele das gerade blind. Ich habe davon noch nichts gesehen. Ich bin hier zum ersten Mal beim gesamten Leben. Ich mache gerade Homeoffice. Oh, du Glückliche. Ich wünsche, ich dürfte auch. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der Homeoffice machen möchte. Einfach weil ich denn diese Zeit nicht verschwende, die ich halt auf Arbeit verschwende momentan. Riecht so schlimm. Was muss denn das Homeoffice-Technisches machen? Darf ich das fragen? Oder ist das Betriebsgeheimnis? So, jetzt an ihm schauen. Ja, denn. Ich finde es auch geil. Na, siehst du? Ne, ich würde es auch machen wollen. Doch, guck mal. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Der Rest ist einfach so, bäh. Ich habe einer auf Arbeit. Da hieß es letztens so, dass halt die Zeiten hier gekürzt werden und so. Und da hat sich jeder drüber aufgeregt. Und sie kam dann zu mir an, hat mich so zur Seite genommen. Und so. Hast du auch schon gehört? Ja, Mann, voll geil. Früher schluss und alles. Und sie ist ja auch mega gefreut. Das nennt man eine Verbindung. Ich will Engel haben. Ich fühle mich sonst nicht wohl. Wenn ich kenne. Wieso kann ich Engel nicht lagern? Jetzt sehen wir noch dieses nicht. So, sie ist noch nicht mal voll. Aber sie hat halt kein. Ah, ich weiß, wo das Problem ist. Warte. Er ist hier komplett voll. Das ist das Problem. Er hat aber Engel auch 100. Das heißt, ich gebe ihr jetzt einfach ein bisschen ab. Hier da. Und zwar aufzahlen. Haben wir 50-50. Steckbriefe über Flageladen. Falls dir das was erinnert. Klar, klar. Ich bin total ein Experten in Flageladen. Warte, da muss ich noch mal kurz in meinem Gedächtnis nachkramen. Was war das nochmal? Ja, also wie gesagt, steckt mir das an der Menge zu schreiben, wie zum Beispiel Kopfgeld gesucht oder tot. Fossilien von Null aus Perm-Stamm? Ich liebe Wikipedia. Ah, okay. Genug geflext und angegeben, dass ich das Internet benutzen kann. Nein! Darf ich mir? Hier lang. Du hast ein Engel. Hade! Dreimal Engel. So. Wenn du schon sagst, dass der letzte Gelbe schwierig zu finden ist, ist es für mich eine Herausforderung, dass ich das letzte Gelbe finden will. Das heißt, es könnte eine Tür sein, die ich eventuell nicht sehe. Mal gucken. So, da hinten ist zu. Das habe ich schon gesehen. Aber gibt es hier noch eine Tür? Nein, gibt es nicht. Warte. Ja, hier, hier ist nichts. So, da hinten kam ich nicht weiter. Hier komme ich nicht weiter. Hier. Ich könnte jetzt... Die Notsicherung ist im Betrieb wegen Gefahr im gesamten Areal. Das Betreten ist. Cockpit verboten. Feiglinge. Ja, ultra schwer zu finden. Hast recht. Ich bin sichtlich entgeistert. Und ihn hält doch mal wieder. Ach, du und deine faule Socke, ne? Äh... Ich hatte echt, damit zu kämpfen, länger zu finden. Und tschüss. Ja, so fast. Stirb, Cornelius. Stirb! So. Mit den unsterblichen Worten von Haku. Wahrscheinlich irgendein Charakter. Aufschlag! Haiky. Haiky. Das ist mir schon fast peinlich. Peinlich. Oh Gott. Ich habe heute Ware gemacht auf Arbeit. Ich habe... Lass mich ausreden. Papier und Verpackungen nach dem Haltbarkeitsdatum sortieren wollen. Heute ist einfach nicht mein Tag. Stirb, Kollege. Jetzt reicht's hier. Angriff! Volles Brett! Kein Ding für Nova King. Ich will das Schiebe haben. Hallo? Ich schiebe. Hallo? Ja. Voll schwierig, den gelben zu finden. Weil er ja genau auf dem Weg liegt. Ich habe jetzt alle ausgerottet. Ein Bericht über die Weltall. Monster, die sich im Schiffsinneren vorklanz... Ah! Die Monster im Schiffsinneren wurden beseitigt. Für den Fall, dass sie sich wieder ausbreiten. Hier ein Untersuchungsbericht. Körpergröße 3 bis 6 Meter. Ja, es sind Individuen mit kriegerischen Eigenschaften. Fleischfresser als Nahrung, die im Lebewesen. Auch Menschen. Schön, dass die Fleischfresser nochmal definiert haben. Finde ich gut. Für jeden, der Jurassic Park nicht gesehen hat. Äußerste Vorsicht ist gebogen. Sie können durch konventionelle Waffen unschädlich gemacht werden. Ihre Existenz begründet sich wie folgt. Die Gesamtheit bildet einen. Eine bildet die Gesamtheit. Ich glaube, das wäre dann der Hinweis gewesen, von dem du geredet hast. Dass die da sagen, du kannst nur, wenn du beide besiegt hast, dann... Die 8 Wesen sind Individuen, zugleich aber auch eine ganze Einheit. Wenn man zum Beispiel ein Individuum hier und ein weiteres an einem anderen Ort erlegt, wird das erste von einem dritten Individuum generiert. Von der gleichen Farbe. Sie achten stets darauf, dass das nie mehr als ein Individuum verloren geht. Auf den ersten Blick scheint es, dass sie dadurch unbesiegbar sind. Aber dieser Prozess unterliegt einer Regel. Nur ein bestimmtes Individuum kann jeweils ein anderes regenerieren. Wenn man die 8 Individuen von A bis H benennt, sieht die Regel wie folgt aus. Individuum A kann nur durch Individuum B bewildert werden. Individuum C wiederum nur durch Individuum D. Nachdem man A erlegt hat, sollte man C bis H nicht anrühren, sondern einzig und allein B anvisieren. Individuum, die ein Paar bilden, können durch ihre körperlichen Eigenschaften separiert werden. Dies war der Untersuchungsbericht über die Monster. Bitte beachten Sie, dass Sie auf die aufgeführten Regeln warten. Und die Säumung nach dem besagten System vornehmen. Viel Erfolg. Hm, das heißt, wir müssen immer die gleichfarbigen Monster killen, oder? Danke, dass Sie es mir nochmal erklärt, wie dumme. Ich habe gerade wirklich nochmal aufgelegt. Ich habe gerade... Ich... Ich... Bitte... Töte mich ab. Hä? Ich habe jetzt alle... Ich habe jetzt alle getötet. Kann ich jetzt hier rauf? Ach, weil das Geld noch gefällt. PDF in Word-Datei umwandeln. Sollen wir das Ding steuern? Ich kann es nicht. Dann geht immer Mühe. Nur die. Das Gericht sagt was. Wo ist der Lautstärke-Regel? Hier spricht die Luftkontrolle. Hier ist die ESTA Luftkontrolle. Wie geht das? PDF in Wörter? Ach so, wie das geht? Du kannst doch rein logisch... Warte, der muss ich jetzt mal selber gucken. Du kannst doch rein logisch betrachtet... Warte, ich guck mal. Ganz kurz. Ähm... Machen wir es mal wie folgendes...